Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich spiele heute zusammen mit Thoraxfraktur Shellshock Live. Und ihr könnt auch gerne bei ihm, also auf seinem Kanal vorbeischauen und ja, dann starten wir jetzt mal eine Runde. Schnellschlocki Schleif. Schnellschlockschleif. Oh. Ja, das klingt ja schon mal gut an. Ja, das ist ganz meine Meinung. Oh. Ying Yang. Ich probiere mal dieses Ying Yang aus. Naja, ich overcharge erst. Hä? Oh. Jetzt overcharge ich es recht. So. Was benutze ich denn Schönes? Ich habe Angst. Peng. Nein, bitte geh nicht zu weit. Geh bitte nicht zu weit. Danke. Wie, 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 wie? Hä, wieso treffen diese komischen Dinger nie? Als ob die dich nicht treffen wollen. I tried this and I hit you. He tried this and he hit me. Oh. Du hast eine Drohne bei dir. Cool. Ich versuch's. Pew. Ich weiß, ob ich die Drohne bekommen will. Ich wollte schon sagen, geht die jetzt auf dich? Oh nein. Oh, come on. Oh, ich versuch's einfach. Wenn ich treffe, dann treffe ich. Wenn ich nicht treffe, dann treffe ich eben nicht. Du trest, oder? Nein, tue ich nicht. Schade. An sich schade. Egal. Passiert mal. Pew. Aua. Aua. Fast genau getroffen. Doppel-Tablet. Oh nein, der geht ins Betrall. Verdammt. Was macht das? Das war dreifach nicht doppelt. Ja, stand doppelt. Naja, egal. Granate. Nein. Ey. Ja. Danke. Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich schlecht. Doppelter Zipper. Zippa, zippa. Verdammt. Nein. Was mache ich? Oh nein. Hä? Eben hat es noch mehr gedotzt. Sliper. Was? Oh, oh. Fast. Na? Pew. Mann. Gott sei Dank habe ich den Regenbogen zweimal. Krater. Regenbogen. Wir werden nicht treffen, weil über dir ein Portal ist. Ui. Ich will das haben. Ich will das haben. Kuppies. Ja. Ja. Yay. Ja. Lecker. Plus neun XP. Was ist das? Werfer. Mann. Ich dachte wenigstens mal einer würde hitten. Aber nein. Oh. Mhm. Nice. Nice. Sehr schön. Oh. Egal. Ich wollte die Drohne nicht treffen. Aber ich will dich treffen. Das hast du auch getan. Das habe ich. Das stimmt. Ich habe es getan. Ich habe es getan. Na schade. Ich wollte aber eigentlich dich treffen. Was mir nicht gelungen ist. Ich will mir dieses Heidpaket drohen. Ich denke schon. Was? Wenn das nicht durchgeht. Ja. 20 Amor. Ja. Woher haben wir hier? 10 und 13. Ausrüstung. Ausrüstung. Ja. Lecker, lecker. Nam, nam. Nam, nam, nam. Nam, 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 nam. Nam, 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 nam. Nam, 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 nam. Das ist unsere neue Sprache. Nam, 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 nam. Nam, 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 nam. Ja, okay. Schieß drauf. los schießt drauf naja wenn jetzt da will der mit etwas positives filmen dieses paket und danke den jahr da ja tapien zu weit zu weit zu weit geh wieder zurück naja egal wenn man trifft es sich trotzdem aber wenn es nur sechs schaden sind das ist mir egal man was schieße ich als nächstes ich bin ein bisschen verarscht gerade weiß nicht wieso man jetzt erst recht schade also echt schade 15 amour mehr nicht er brauchst du doch gar nicht okay ich sein ich habe schon gedacht ich schieße jetzt auf mich nein oh der kam sogar richtig richtig gut naja wäre auch ein fetter brocken gewesen oh das hättest du nicht tun dürfen oh das hättest du nicht tun dürfen das würde dich trotzdem zerstören was ich jetzt auf mich baller wieso trifft dieser mühle das zerstört mich nicht aber hat sich schaden ja geht noch weiter nach hinten finde ich gut ich habe schon was cooles ich habe schon was richtig cooles vorbereitet man ach ja nicht getroffen als ob ich das nicht getroffen kaktus geht soweit geht soweit das geht viel zu weit das geht viel zu weit du bist einfach der beste schock definitiv wie bitte du bist einfach der bessere schock live stimmt doch gar nicht klar 20 damage okay ja das ist gar nichts kommt noch irgendwas zurück schlange treff jesus kritzen ich möchte neue ausrüstung bitteschön eine obertschatz nicht doch ich möchte nur dieses blöde teil einfach nochmal hat echt ich glaub's nicht sehe ich nicht ein neun hüpf 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 oh neue ausrüstung ja endlich hüpf womit schotte ich dich denn jetzt weg uuuh uuuuh doppel uuuh tjuh wenn dieses uu trifft man hat dich getroffen hüpf 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 hab ich das doch gar nicht gemacht hüpf hüpf Ich hab das Spielzeug noch mal. Hä? Was war das jetzt gewesen? Hui. Piii. Miau. Bum. Au. Piu. Piu. Ah, fast. Knapp daneben ist der Pod leider auch vorbei. Stimmt. Baller ihn auf dich. Gar nichts. Ähm. Natürlich. Natürlich. Natürlich ändert er meine Route. Ich glaub's nicht. Ey, nee. Das ist Mobbing. Zehn. Oh. Oh nein. Nein. Aua. I tried this. Schrotflinte Level 2. Bum. 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 Wie? 24 Schaden? Du hast mein Zehner entgegeben. Ja. Bum. Bum. Oh. Ich muss da weg. Ah, verdammt. Bum. Bum? Bum. Bum. Komm. Nein. Yeah. Ich hab das Gott sei Dank noch mal. Ich auch. Ey. Was? Gott. Leider hab ich das jetzt nicht noch mal. Könnte weh tun. Oh, schade. Geht daneben. Hätte aber absolut weh getan. Bin, glaube, tot. Ja. Ich bin tot. Quack. Quack. Tot. Ja. Ich bin tot. Ich hatte 12 HP. Ich weiß. HP. HP. Tja. Du hast mir schon auch gemacht. Dip, 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 dip. Dip, dip. Ja. Ey, Mann. Oh. Pinger. Jetzt hab ich nicht Mini Pinger. Jetzt hab ich Pinger. Cool, oder? Hm. Overcharge. Ich bekomme irgendwie die ganze Zeit Overcharge, oder so. Kann ich etwas Neues machen? Nein. Ready. Ready, steady, go. Thorax, du wirst gleich gekickt. Oh, okay. Ich werd nicht gekickt, mach dir da keine Sorgen. Ich bin der Host. Du bist der Host. Du bist der Host. Oh. Oh. Oh, ich hab ja ne neue Wasserstippchen. Da war ja was. Hemdre, hemdre. Und die könnte absolut schmerzhaft werden für dich. Juhu. Was war das? Tunnel. Ah. Juhu. 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 Was ist denn für dich noch? Habe ich irgendwas cooles für dich? Das stimmt. Ich hab was cooles für dich. Oh nein. Du bist so schlecht. Das hätte wehgetan für dich. Oh nein. Wie du willst. Pinata. Oh oh. Viel Spaß damit. Oh fast. Hehehe. hey du stehst da so kurz drin nur ganz ein bisschen hat gefehlt ich hab das spielzeug noch mal von daher ist mir das egal jungen nein mein großer schuss beginnt auf level 2 22 schaden los los geht das ist das doof wenn dieses ding trifft dann macht das übel schaden deswegen habe ich auch benutzt weil du dir wahrscheinlich so gedacht hat ich treffe immer ich bin gegen thorax genau lecker es werden 40 schaden egal ich höre jetzt diese tolle hake 15 schaden und dann kriegst du jetzt das dach bei der wälder kann wehtun oder auch nicht doch ein bisschen ja ein bisschen hat es wehgetan wie du willst du hast so eine eklige position da unten du hast so eine eklige position ja mein oder auch nicht tschüss meine ausrüstung wurde auch nicht zahlt natürlich nicht jetzt flimmer sind zu viel baller dich mit der störung ich bin so tot 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 ich bin nicht tot ich bin nicht tot ich bin nicht tot wenn du mich jetzt tötest du bist tot mann ja ok du hättest eh noch 16 leben gehabt ich weiß ja leise aufstieg ich hab Feuerwerk dann geht denn deine Aufnahme schon äh 15 Minuten komm ich aber jetzt auch zum Ende ja und damit würde ich auch sagen vielen Dank fürs Zusehen und ciao bis zum nächsten Mal tschüss tschüss